Willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Und ja, ich habe endlich mal Position des Medipacks geändert. Ist jetzt auf Taste 1, ich hoffe, ich denke dran. Gut, das auf so wie es sonst immer war, ist es trotzdem noch. Oh, ich war mir grad nicht sicher, ob Lara jetzt wirklich zur Seite springt oder nicht. Nein, du sollst nach oben. Ich hatte wirklich nichts anderes ausgewählt, außer die nach oben Taste. Und was macht sie? Oh, ich drehe mich mal zur Seite. Dieser Kanal führt direkt zum Rad. Man baut auch kein Wasserrad, wenn man nicht ein paar tausend Liter Wasser hat. Doch, es funktioniert nur nicht. Wow, ich dachte grad, ich würde jetzt runterfallen. Einmal ein bisschen umsehen, ein bisschen umsehen. Damit ja nichts vergessen wird. Diesmal bin ich nicht so blöd und laufe unten herum. Ey, Mieze-Katze, komm wieder her. Ich habe auch kein Problem damit, dich mit der anzugreifen. Blöde Mieze-Katze. Ah, Flieger! Flieger hat sich einfach auf meine Wange gesetzt. Ich weiß auch nicht, was die Fliegen haben gerade. Die sind so anhänglich. Die wollen nur kuscheln. Jo. Ähm. Gehen wir einfach mal... Dort drinnen war, glaube ich, auch ein Secret, wenn ich mich recht erinnere. Komme ich da sogar nicht so schön hoch? Ne, da ist... Achso, von da kam ich ja. Äh. 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 Ich sag gar nichts mehr. Ja, manchmal habe ich Probleme damit, von wo ich überhaupt komme. Muss mich dann immer so kurz innefassen. So nach dem Motto, okay, ich kam jetzt von da. Und ich will jetzt da hin. Und da ist ein Secret. Und da drauf. Und dann hier hoch. Und Kamerablack gewechselt. Jetzt ein bisschen hier warten. Und hoch. Voll blöd, dass sie keine Sprint-Taste irgendwie hat. Da hinten ist auch noch ein Secret. Ich glaube, da kam ich auch immer ran. Bin ich mir gerade nicht sicher. Immer diese dezenten Hinweise, was man machen muss. Okay. Ich nutze mal gerade ein bisschen neu. Mir bleibt ja nicht gar nichts anderes übrig, als ins Wasser zu springen. Da geht's ja. Und dann dort hinten hoch. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Ach, genau. Da ist ja direkt dahin, wo ich auch hin muss. Ah, ne, fast. Dann da drüber. Und dann... Ja, das ist okay. Ja. Hui. Hier war aber kein Secret unten. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich hab auch noch nie alle gesammelt gehabt. Ich hab das durchgespielt gehabt. Hab dann angefangen, Secret zu sammeln. Dann hatte ich in den Leveln selber keine großartige Lust mehr. Was hab ich dann gemacht? Ähm, ich bin zu ihr nach Hause. Und... Da hinten kann ich hoch. Äh, bin dann zu ihr nach Hause. Und wollte da dann die Schätze sammeln, die es dort so gibt. Und hab dann dafür gesorgt, dass eine Kugel stecken bleibt. Und, ähm... Ja. Hat super funktioniert alles. Hä? Ich bin verwirrt. Ich hätte doch von dort oben niemals... Nein. Ich hätte aber nicht zurückspringen sollen, oder? Oh, nö. Bitte nicht. Es gibt doch immer einen Weg zurück. Was ich hier auch nicht hochkomme? Nee, hier komm ich ja eigentlich erst hoch. Mit Dings. Es gab immer einen Weg zurück. Wenn man nicht weiß macht, dass es witzig keinen mehr gibt. Achso. Ich hab das voll übersehen. Ich wollte grad sagen, hä, das war doch so. Seht mir... Redet mir nichts anderes ein. Ich hab das überhaupt nicht gesehen, weil ich halt da hinter hingesprungen bin. Und dort unten nicht hingucken konnte. Jetzt wieder ein bisschen hier in die Richtung. Ein bisschen liebevoll anstupsen und hoch. Okay. Gut. Ah, für einen Moment war ich verwirrt. Ich kann die Kamera nicht ändern gerade. Ich kann die wirklich nicht ändern. Ich kann nichts dafür für diese Kameraposition. Ich kann nur ein bisschen hoch und runter machen. Äh. Warum? Warum hat das gerade... Ja, es war so klar. Es war so klar, dass das in die Hose geht. Scheiß Kamera. Ernsthaft. Nee, oder? Warum kann die Kamera nicht so sein, hä? Warum musste die vorhin so einen komischen... Keine Ahnung was machen. Jetzt zuckt die auch voll rum wieder. Keine Ahnung was mit der Kamera los ist. Ähm... Ich hab auch gerade festgestellt, ja, sie kann schneller schwimmen mit E. Auf die Idee muss man auch kommen. Wenn man weiß, dass sie mit E schneller klettert und so. Egal, okay. So, warten, warten, warten. Springen. Wow. Los, geh hoch, Lara. Bleib da nicht einfach dran hängen. So, hier war ja, genau, das Secret. Und jetzt hier an die Seite ran. Unten war aber keins mehr, nein, nein, nein. Da war keins mehr. Ähm... Nach oben. Oh Gott. Das sieht so oft so aus, als würde sie einfach mal daneben springen. Ähm... Achso, sie muss dann nach unten. Ja. Ja. War gerade ein bisschen verwirrt. Hallo? Willst du los? Ja, da oben ist nichts. Du sollst ja auch loslassen. Jetzt lass doch los, Lara. Da bitte nicht loslassen. Lara, unter dir! Und jetzt? Ja, Gott sei Dank. Keine Ahnung, was da los war. Sollst du auch wieder hoch? Ja. Ja. Du sollst... Okay. Dann geh halt spektakulär hoch. Ähm... Müssen wir den erstmal runter. Dingsen. Okay, warte. Trete ich erstmal. So... Jetzt kurz warten. Rauf. Nein, nicht rauf. Scheiße. Das hab ich gut gemacht. Hast du gut gemacht, Lara? Ganz toll gemacht. Klein Tai hat jetzt keine Lust mehr. Ich muss den ganzen Weg nochmal latschen. Oder mich irgendwie töten lassen. Ich muss mal gucken, wie ich mich töten lasse. Wahrscheinlich spring ich da gleich runter. Dann land ich da wieder. Ähm... Jedenfalls mach ich hier einen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Eure Tai. Tschüss.